Die nächste Kamera, die wir uns anschauen wollen, das ist eine sehr kleine Kamera. Naturgemäß, wenn sie in so eine kleine Tasche reinpasst. Und zwar die gute Sony Cybershot DSC-HX20V. Eine Reisezoom Kamera, so in der Betriebsposition ausgefahren. Ohne Sucher, einfach nur ein normaler Bildschirm, keine Touchfunktion und nichts. Die habe ich gebraucht gekauft für einen Preis von, ja ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat einen 1,2 Zoll Sensor mit 18 Megapixeln, ein 20-fach Zoom plus einen 4-fachen Digitalzoom. Entsprechend 25 bis 500 Millimeter. Das Problem dabei ist, die muss aber auch mal halten. Fast nicht möglich. Du kannst hier Full-HD-Movies mit drehen. Große Besonderheit, sie hat integriertes GPS und sie hat integrierten Kompass. Das heißt also, beide Informationen werden dann übertragen in das Bild oder in die Exif-Daten. Und sie hat auch noch einen Klappblitz. Den muss man dann per Menü ausfahren. Indem man das mit Automatik macht, beziehungsweise aus. Also man hat nur diese Wahl. Hoppla, jetzt ist er auch schon wieder weg. Automatik und aus. Hin und her. Das war's. Laden kann man die Kamera. Ich mach's nochmal wieder aus. Ups, da ist sie wieder drin. Laden kann man die Kamera hier unten per Micro-USB-Port. Das ist sehr, sehr schön. So gehört sich das eigentlich für eine Reisekamera. Und das schon im Jahre. Wann hab ich sie gekauft? 2013 so was in der Richtung. Ich hab sie dann auch viel verwendet für fotografieren aus dem Flugzeug. Und das ist das Problem. Sie hat ja hier nur so einen kleinen, gummi-gummierten Griff. Es ist zwar einen kleinen, gummierten Griff und man sieht hier schon mit meinen Fingern, ähm, ja, komm ich nicht so richtig klar. Das hier sind übrigens 25 Zentimeter. Ja, ähm, dann das Flugzeug steuern und so, dann führt das schon ziemlich zu Verwackelungen. Oder häufig zu Verwackelungen. Das macht dann nicht so viel Spaß. Obwohl die Kamera macht sonst richtig gute Aufnahmen. Das ist eine Kamera, die kann man wirklich an diesem Benzel hier, das hab ich mir separat gekauft, äh, tragen und zack durch die Gegend schlenkern. Dafür ist sie auch gemacht. Fürs gelegentlich mal fotografieren. Als, wie gesagt, besserer Ersatz hier. Wesentlich besserer Ersatz, äh, als, äh, diese Kamera aus dem Smartphone. Und das kann ich dann also wirklich nur empfehlen. Und von der Größe her, komm, ja, wenn wir das hier mit dem Smartphone, belops, vergleichen, kannst du dahinter verstecken. Ja, und so manche Aufsätze für das Smartphone sind wesentlich größer und wesentlich dicker als diese Kamera. Ähm, da würde ich sagen, das lohnt sich tatsächlich, wenn man nicht sehr viel mitnehmen will, so eine Kamera dann zu nehmen, ähm, anstatt mit irgendwelchen komischen Aufsätzen mit dem Smartphone rumzualbern, ähm, weil diese Abbildungsqualität von diesen größeren Sensoren und von diesen besseren Objektiven ist einfach wesentlich besser als das, was ein Smartphone bringt. Ganz klare Aussage. Muss man auch so anerkennen, ähm, und wenn man in einem vernünftigen Zoom-Bereich bleibt und nicht auch noch den Digital-Zoom mit dazu nimmt, dann kann man das auch noch halten und kriegt auch einigermaßen stabile, verwachtungsfreie Fotos hin. Die Programmautomatiken sind hier auch besser als im Smartphone. Ähm, gut, diese Kameras, die haben noch keine Konnektivität via Wireless LAN oder Bluetooth oder sowas. Ja, dann schiebt man halt die SD-Karten dann hin und her. Kein Problem, weil die moderneren Kameras, die dann aber auch, ja, so eine Lumix oder eine Sony, die kosten dann auch schon 300-400 Euro in der Richtung, ähm, wenn man das ausgeben möchte. Okay, wenn man es braucht. Ich sage mir, dieses Teil mit dieser Funktionalität für vielleicht 100-150 Euro zu haben, allemal besser als mit irgendwelchen Zusätzen hier rum zu zaubern. Okay. Wir sehen uns jetzt damals noch nicht wieder. Vielen Dank.